Willkommen zusammen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal, in dem wir den Euro Truck Simulator 2 sozusagen zum Euro Coach Simulator machen, denn wir werden hier mit dem Reisebus unterwegs sein. Ich habe nämlich ein paar Mods installiert, mit denen das eine ziemlich coole Sache ist. Und warum, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein, machen den Motor an und dann fahren wir zur Starthaltestelle. Wir fahren heute von München nach Salzburg, glaube ich. So, aber genauere Details werden wir sicherlich später nochmal erfahren. Jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal raus. Wir sitzen hier etwas weiter von dem Steuer entfernt. Ich glaube, das kann man auch anpassen, aber ich fand das eigentlich ganz komfortabel. Dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Deswegen werde ich das, glaube ich, jetzt mal hier in dieser Perspektive lassen. Und muss erstmal stoppen. Denn ich habe unten natürlich auch den Traffic Jam Mod installiert. Sodass wir hier auch einige Stausituationen hoffentlich haben. Denn wer kennt es nicht, wenn man mit dem Reisebus unterwegs ist, man kommt, irgendwann kommt man immer in den Stau. Und deswegen dachte ich mir, ist das nur realistisch. Und deswegen wurde der auch installiert. So. Na. Ich glaube, wir müssen hier erstmal abwarten, bevor wir überhaupt zur Starthaltestelle kommen, fahren können. Wir kommen natürlich jetzt direkt aus dem Depot und müssen jetzt die Starthaltestelle erreichen. Da warten dann schon unsere Passagiere. Und die nehmen wir dann natürlich mit. So, wir müssen nämlich da vorne schon links fahren. Die nehmen wir dann natürlich mit. Und werden die hoffentlich heil nach Salzburg bringen. Ich finde das eine ziemlich coole Sache. Und wenn euch das ähnlich gut wie mir gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mein Plan ist, das Ganze zu einer etwas längeren Videoserie zu machen. Denn ich finde, es ist eine ganz schöne Abwechslung. Klar, das ist hier immer noch der Euro Truck Simulator. Und klar, der ist vor allen Dingen auf LKW ausgerichtet. Aber mit dieser Modifikation funktioniert das allerdings eigentlich ganz gut. Und deswegen dachte ich mir, wieso denn nicht? Wieso sollte man das nicht ausprobieren? Und mein Plan wäre, dass wir dann in den nächsten Folgen einfach nochmal ein paar andere Busse ausprobieren. Denn es gibt wirklich einige Busse für den Euro Truck Simulator. Und ein paar davon sind auf jeden Fall so schick, dass man die mal ausprobieren kann. So, natürlich, der Fernbus Simulator ist da vielleicht die etwas sinnvollere Variante. Weil er halt total auf Busse ausgelegt ist. Aber trotzdem wollte ich das mal ausprobieren und bin gespannt auf euer Feedback. So, dann biegen wir hier nochmal ab. Überall rot. Immerhin. Hier ist es jetzt mal grün. Was genau wir mit dieser Kamera hier sollen, Das weiß ich auch nicht so ganz. Muss ich ehrlich gestehen. Denn als Rückfahrkamera macht die sicherlich Sinn. Aber jetzt in dem Display nach vorne zu schauen, das weiß ich nicht so ganz. Vielleicht noch in der Stadt, um zu sehen, ob vor einem irgendjemand ist. Aber ich glaube, das sähe man auch so. Deswegen, ja, was genau das bringt, weiß ich nicht. Aber so, jetzt müssen wir mal gucken, ist das hier schon irgendwo? Ach, hier ist die Bushaltestelle. Müssen wir kurz rangieren. Mal schnell hier die Warnblinker an. Und dann geben wir ein bisschen Gas, damit der uns nicht reincrasht. Der bleibt schon stehen. Herzlichen Dank. Das kann ja immer mal passieren. Ich finde das Ding, also dieses Modell, dieser Scania Touring, den wir hier fahren, den finde ich schon extrem schick. Also, gerade im ETS sieht der schon echt gut aus, oder? Also, ich bin total begeistert von diesem Busmodell. Und ich zeige euch nachher noch was. Aber jetzt fahren wir erstmal hier die Passagiere abholen. In manchen Städten ist das nur so eine kleine Haltebucht. Hier ist das ein richtiges Terminal. Und man kann sogar seine Busse da vorne reparieren lassen. Das ist ja der Hammer. So, und jetzt müssen wir auf den Ladungsmarkt gehen. Und da müssen wir jetzt mal schnell die richtige Fracht auswählen. Und können dann jetzt vorne am Verladebereich... Mal gucken, wo genau das ist. Ah, ich denke hier vorne, wo jetzt die Leute stehen, ne? Ja. Dann müssen wir hier einmal rumfahren. Das ist ja cool gemacht. Das ist schon ziemlich cool, oder? Also, wie funktioniert das? Ich verrate es euch gleich, wenn ihr das selbst ausprobieren wollt. Aber jetzt nehme ich erstmal die Passagiere auf. Mal gucken. Unser Scania Touring ist extrem lang. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen. Dass wir das alles richtig machen. Und hier stehen jetzt tatsächlich Fahrgäste. Ist der Hammer, oder? So. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt hier nur automatisch beladen können. Weil wir stehen ja hier vermutlich richtig. Und deswegen wird die Fracht jetzt mal kurz aufgeladen. Es dauert ein paar Minuten. Alle Koffer verstaut. So, und... Dann fahren wir jetzt in Richtung Salzburg. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Herzlich willkommen. Im Scania. Ich hoffe, Sie haben Lust auf eine entspannte Reise in Richtung Salzburg. Mit dem besten Busfahrer EU-West. Und, ähm... Ja. Vielleicht kommen wir in den Stau. Ich als Lesplayer würde es mir jetzt wünschen. Ich als Busfahrer wünsche es Ihnen natürlich nicht. Und, ähm... Ich habe übrigens auch eine Busmodifikation noch installiert, sodass hier auch viele Busse rumfahren. Ich dachte mir, das passt ja ganz gut. So, wie funktioniert das? Was ist das für ein System, was ich hier installiert habe? Ich habe euch die Mods in einer Liste zusammengefasst, die ihr in der Videobeschreibung findet. Da ist dann einfach ein Link zu der Website. Und da sind dann alle aufgelistet. Und, ähm... Ihr braucht dazu erstmal, wenn ihr den Scania Touring hier fahren wollt, braucht ihr natürlich diesen Scania. Ähm... Dann braucht ihr aber auch diesen Busstop-Mod. Und natürlich hier noch den Staumod und sowas. Aber am wichtigsten ist eigentlich der Busstop-Mod. Und, ähm... Den müsst ihr dann natürlich eurer Mod-Liste hinzufügen. Ich glaube, das funktioniert hier mit der neuen Version 1.3.3. Und dann dachte ich, das sei schon alles. Aber nein, weit gefehlt. Ihr müsst dann noch einen Trailer kaufen. Das heißt, ihr müsst schon das entsprechende Level haben, wo ihr Trailer kaufen könnt. Und dann müsst ihr in die entsprechende Kategorie gehen. Ich kann euch das vielleicht gleich mal... Wir machen vielleicht gleich mal kurz eine Pause auf dem Rasthof. Und dann zeige ich euch das nochmal en Detail. Müsst ihr euch nämlich einen Trailer auswählen. Und dann könnt ihr Ladungen aufnehmen. Ich zeige euch das später nochmal. Aber jetzt fahren wir erstmal hier in Richtung Salzburg. Und ich muss sagen, es ist echt cool. Also ich hätte es mir nicht so cool vorgestellt. Ich habe es auch extra nicht besonders ausprobiert vorher. Weil ich mir dachte, das sehen wir uns lieber gemeinsam an. Und mich hat halt selbst auch interessiert, ob das was taugt oder nicht. Klar, hier kann man nicht rumgehen. Hier kann man keine Verladeklappen aufmachen. Hier kann man nicht die Fahrgäste kontrollieren. Das sind alles Dinge, die gibt es im Fernbus-Simulator. Aber ich finde, trotzdem hat das Ganze hier seinen Reiz. Deswegen, wieso nicht? Wieso nicht? Ladies and Gentlemen, wir sind auf der Autobahn. Die Autobahn ist leer. Sie haben Glück gehabt. Und dann fahren wir jetzt. Ah, wir müssen hier rein. Wow. Fast hätte ich es verpennt. Heute sind wir doch mal wieder ein bisschen flott unterwegs. Ich lese immer mal Zeitungsartikel und so. Obwohl es heißt, hier. Flixbusfahrer mal wieder am Handy unterwegs. Handy am Steuer. Und letztens habe ich auch mal so ein Video gesehen, wo ein Passagier gefilmt hat. Wie der Busfahrer die ganze Zeit irgendwas auf dem Handy angeguckt hat, anstatt zu lenken und sich auf den Verkehr zu kontrollieren. Absolut unverantwortlich. Bei dem Fahrmanöver gerade, was ich hier gerade unternommen habe, hätte man auch das Gefühl bekommen können, dass ich etwas abgelenkt war. Aber es war... Ich bin auch neu in dem Geschäft. Ihr merkt das. Und dieser Tatsache war das geschuldet. Es gibt für dieses Kania, glaube ich, auch allerhand Repaints. Also, wenn wir da noch ein paar andere Dinge ausprobieren sollen und ihr da irgendwelche Empfehlungen habt. Ich glaube, ich habe eben noch gesehen... Transdev oder so. Spricht man bestimmt anders aus. Ich habe es jetzt mal urdeutsch ausgesprochen. Ich glaube, es ist ja diese Französischfirma, ne? Also, da gibt es noch allerhand Lackierungen. Wenn ihr da noch was anderes sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werde ich mich danach richten und werde in den nächsten Folgen auch andere Dinge ausprobieren. Mit ProMods soll das Ganze wohl schwierig sein. Sonst hätte ich auch liebend gerne auf der ProMods gespielt. Aber die können wir sicherlich ein anderes Mal noch mal gut verwenden. Da habe ich auch schon ein paar gute Ideen. Aber dazu später mehr. Jetzt konzentrieren wir uns eben erst mal auf das Busfahren. Und, ah, jetzt wird es hier schon ein bisschen voller, aber... Ich glaube, wir kommen einigermaßen gut durch. So. Ich glaube, die Sitzposition können wir ja hier anpassen, ne? Ne? Hier, genau. Ähm. Aber, das kann man auch gut. Ah, das sind die Spiegereinstellungen. Ah, okay. Äh. Ah, hier. Vielleicht machen wir es so. Dann sind wir ein bisschen näher am Lenkrad. So ein bisschen... Ihr kennt das sicherlich. Jeder kennt das, glaube ich. Wenn man frisch den Führerschein hat, dann ziehen viele sich, und ich muss sagen, ich habe das auch gemacht, ziehen sich den Sitz fast bis zum Anschlag nach vorne, weil sie der Meinung sind, dass die Beinchen so kurz sind, dass man sonst hier Kupplung und sowas nicht erreichen kann. Und, äh, so ein bisschen ist das jetzt hier gerade auch. Also, ähm, mit der Zeit würde man aber meistens, denke ich, also, so ist das jedenfalls bei mir gewesen, und ich glaube, auch bei vielen anderen, äh, wird man dann doch der etwas entspanntere Fahrer, der den Sitz doch ein bisschen weiter nach hinten tut, ähm, oder ein bisschen nach hinten versetzt, sodass man immer noch bequem die Pedale erreichen kann, aber nicht mehr so direkt vorm Lenker sitzt, weil man eben einfach ein bisschen entspannter ist und auch merkt, dass man gar nicht so weit vorne sitzen muss. Und das wesentlich angenehmer ist. Aber ich glaube, viele von euch, die den Führerschein haben, ähm, haben das am Anfang auch gemacht. Es ist ja auch verständlich, man will sicher sein, man will das Steuer fest in den Händen haben und dann quetscht man sich da vorne rein. Und, ähm, ja. Dann sitzt man direkt, ist man so ein bisschen wie die Oma, ne? Direkt über dem Steuer sitzt man dann. Naja. Ja. So. Dann würde ich sagen, wechseln wir wieder die Spur. Aber erst, nachdem wir geschaut haben, ob da jemand kommt, da kommt jemand, dann ab die Post. Also, ich finde es schon cool. Es ist einfach eine Abwechslung. Und, wenn ich das richtig gesehen habe, verdienen wir damit sogar Geld. Also, das ist eine richtig gute Integration. Ich, diese Bus-Modelle gibt es ja schon länger für den Eurotruck-Simulator. Das ist ja kein Geheimnis. Aber bis jetzt hatte ich immer das große Problem, dass ich mir dachte, ja gut, dann fahren wir von Stadt zu Stadt. Aber was bringt uns das? Ja. Das kann man mal machen, aber daraus kann man kein eigenes Projekt machen. Habe ich ja bei dem Winterdienst auch gemacht, weil ich das einfach mal cool fand. Aber daraus kann man kein eigenes Projekt machen. Das ist dann irgendwann witzlos, wenn du nichts damit verdienst, wenn du keinen Fortschritt hast und so. Und als ich jetzt gesehen habe, dass es diese Bus-Stop-Modifikationen gibt und dass es auch noch mit jedem Bus funktioniert, dachte ich mir, das, lieber Ansgar, ist es. Das machst du jetzt. So, da kam uns gerade, glaube ich, auch ein Scania entgegen. Oh, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Wer ist der Kunde? Entschuldigung, sie sind schon freiwillig hier in dem Bus. Sie werden nicht von irgendwelchen Leuten erwartet. Ach, das wollte ich euch noch zeigen. Guckt mal ganz hinten. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Aber da sitzen tatsächlich auch Leute. Die kann man da hinsetzen in der Werkstatt. Also, die steigen leider nicht ein, aber die kann man da hinsetzen. Und diese Beleuchtung hier finde ich auch ziemlich cool. Also, ich finde das schon ziemlich gelungen hier. Ihr merkt das. Salzburg, da sind wir doch. Dann zeige ich euch am Ende einfach schnell, wie das vonstatten geht. Dann werden wir jetzt hier ab. Wir sind gerade erst in Österreich angekommen und zack, Salzburg erreicht. Und wir sind nicht in den Stau gekommen, ne? Vielleicht müssen wir dann nochmal eine stärkere Version sozusagen reinladen. Ich hoffe, dass... Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie noch eine stärkere Stauversion gibt. Aber ich hätte einfach mal Bock, einen riesigen Stau zu erleben im Euro Truck Simulator. Da habe ich mal irgendwann so ein Jodel... Ach, übrigens hier auch realistische Trailer habe ich hier eingefügt. Aber ich habe mal irgendwann so ein Jodel-Post gelesen. Mein Mitbewohner spielt den Euro Truck Simulator und steht seit drei Stunden im Stau. Da dachte ich mir, das ist nochmal ein anderes Level. Aber ich finde das irgendwie witzig. Ich meine, jeder kennt die Stausituation, aber kennt sie nicht aus der Sicht eines Busfahrers, eines Reisebusfahrers. Ich habe die Bremsen relativ stark eingestellt, weil ich auf diesem Pro4 mal im Multiplayer gefahren bin. Und ihr wisst es, wenn man da einmal Skoda gefahren ist, dann weiß man, warum man die Bremsen unter Umständen etwas stärker einstellen sollte. So, Ampel ist gleich rot. Dann werden wir jetzt mal weit ausholen. Wir haben auch übrigens... Oh, da ist eine Kontrolle. Ich möchte euch einmal kurz was zeigen. Ich habe ein bisschen zu weit ausgeholt, aber da haben wir Platz, das kurz anzuschauen. Wir haben gelenkte Achsen hier. Das funktioniert also. Im Prinzip liefert das Spiel nämlich alles, was so ein Bus braucht. Der Radstand ist natürlich jetzt hier ein bisschen verändert, aber die gelenkten Achsen gibt es ja auch bei den normalen LKW. und da sind die halt relativ nah beieinander, aber da gibt es das schon. Das wurde dann hier auch umgesetzt. Die Räder kann man hier natürlich auch anpassen. Ich glaube, das Cockpit ist auch übernommen von einem Scania hier aus dem Spiel. Also von daher... So. Ladies and Gentlemen, herzlichen Dank für eure Mitfahrt. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Geben Sie mir gern ein kleines Trinkgeld, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie wissen, als Busfahrer ist man immer sportlich unterwegs. Gut, aber... Das war unsere Tour. Ich entlasse sie jetzt einfach mal. und Sie geben mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Google-Bewertungen. Herzlichen Dank dafür. Und wir sind sogar im Level weitergekommen. So, aber... Das war dann auch unsere erste Fahrt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man hoffentlich ein bisschen mitbekommen und ich hätte super Lust, noch weitere Folgen von diesem Projekt zu bringen. Es hängt allerdings ein bisschen von eurem Feedback ab, wenn ihr jetzt alle sagt, der Eurotruck-Simulator ist ein LKW-Simulator. Da sollte man nicht mit Bussen rumfahren. Ich heiße das nicht gut. Dann werde ich mich danach richten, wenn allerdings die Mehrheit von euch sagt, fahr ruhig noch ein paar Busse, dann werde ich das auch gerne machen. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf und jetzt zeige ich euch nochmal schnell, wie das funktioniert. Wenn ihr euch die Mods runtergeladen habt, dann ist es nämlich erstmal so, dass ihr hier im Auftragsangebot bei Frachtmarkt sehr, sehr wenig Aufträge, um genau zu sein, gar keine Aufträge bekommt. Ihr müsst vorher nämlich hier in den Aufliegerhändler und dort müsst ihr dann hier, flupp, einmal den Passenger auswählen und dann könnt ihr dann auswählen, was nehmt er? Wir haben einen großen Bus, also habe ich auch das größte genommen. Das werdet ihr dann einfach kaufen, müsst es dann anhängen sozusagen, also müsst ihr dann auf so einen bestimmten Punkt fahren, da wird es dann automatisch angehängt und dann habt ihr so einen unsichtbaren Anhänger sozusagen und dadurch funktioniert das, dass ihr dann einfach hier bei Auftragsangebot unter Ladungsmarkt alle möglichen Anladungen hier bekommt und da sieht man auch immer Bus Terminal zum Bus Stop oder eben umgekehrt, also wie das dann hier aufgeteilt ist. Ja, für mich auf jeden Fall und wer sich fragt, wieso ich so viel Geld habe, das kommt durch den Multiplayer, das wisst ihr ja, habe ich schon öfter mal erklärt. Aber das zu dieser Modifikation. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch nächstes Mal wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.